Liebe Kirchburgianer, ich grüße euch. Bei herrlichem Herbstwetter darf ich hier auf einer Bank sitzen und in die schöne Natur, in die Schöpfung Gottes blicken und einfach auftanken. Am Sonntag wurde die Uhr umgestellt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir war das lange Zeit gar nicht klar, wann, wie wird was vorne oder nach hinten gestellt, wie auch immer. Aber jedenfalls eine kleine, ja, ich möchte fast sagen, Lebensweisheit von mir an euch. Ich mag es mal mit den Gartenmöbeln, da gibt es ja verschiedene Sprichwörter oder Eselsbrücken. Bei mir sind es auf jeden Fall die Gartenmöbel. Also im Sommer oder im Frühjahr werden die Möbel hervorgeholt und im Herbst werden sie zurückgestellt. Das heißt, im Sommer eine Stunde weniger Schlaf und dann im Herbst eine Stunde länger. Ich grüße euch. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ah, schreibt in die Kommentare vielleicht, welchen Markspruch ihr zu der Zeitumstellung habt. Bin gespannt. Bis dahin. Ciao. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020